moin moin leute und willkommen zurück zu einem weiteren let's play auf dem kinderklappenkanal heute mal mit sunless sea das ganze ist ein roguelike in einem universum ähnlich wie lovecraft also ganze zeug mit cthulhu und monstern und so ein scheiß in einer unterwelt unterwelt mit einem meer wo man mit dem schiff drauf schippert ich habe das ganze nur auf anderen kanälen wie total bis geht und sowas gesehen und da das ganze jetzt in steam am angebot war habe ich mir gedacht hole ich mir das mal und lasse euch daran teilhaben selbst habe ich bis jetzt noch nicht gespielt deswegen schauen wir mal was uns das ganze so bringt starten wir mal ein neues spiel your crew's hunger will be reduced automatically as long as you have supplies when you run out of supplies your crew will suffer oh wenn sie hunger haben dann werden sie leiden alles klar drei decades ago in the reign of victoria london was stolen by beds now it lies a mile below the surface it was dreadful inconvenient for everyone but is but it opened a vast black ocean view welcome to the undersea to surpassed decide who you were what you want to be a past rest in shadows decide later if you just want to get out to see immediately choose this opportunities to revisit your past will arrive later alles klar wir können also entweder unsere unsere vergangenheit aussuchen oder erst mal nicht und dann später irgendwie darüber entscheiden wir suchen unsere vergangenheit mal direkt aus choose your past decide who you were and what you want to be you're now lodged in a room above blind helmsman where do you hang your head in london who are you now you're a captain now you belong to the undersea but who you were before a street urchin a urchin gang cast you out when you grew too tall you took to see rather than graduate to larger crimes that last big score was enough to buy a ship this will give you a bonus to whales the skill of supple supple tea and evasion alles klar die erste option ist so dass man ein mitglied so einer kinder kinder verbrecher bande war und als man dann zu groß wurde wurde man dann raus geschmissen als der letzte raubzug hat einen anscheinend genug geld gebracht dass man sich ein schiff kaufen konnte und diese vergangenheit gibt einen einen bonus auf sabelti was ist das unscheinbarkeit und ausweichen a poet educated and articulate you seek sensation at sea how lucky you had a legacy to spend your long vanished father had a rich patron it seems this will give you a bonus to pages the skill of trickery and knowledge die zweite vergangenheit ist also eine ja eine poetin vergangenheit man ist gebildet und wortgewandt und hat anscheinend ein vermögen geerbt von seinem vater der einen reichen gönner wohl hatte veteran of the campaign of 86 you fought in the invasion of hell london armies london's army is lost you survived your loot and pension have brought you a command this will give you a bonus to iron the skill of causing direct damage diese vergangenheit da war man ein soldat der gegen die legionen der hölle gekämpft hat als diese london angegriffen haben ja logischerweise haben die ganzen haben die soldaten verloren deswegen ist london jetzt in der unterwelt aber ja das was man sich da zusammen geklaut hat und die rente haben gereicht um sich ein eigenes schiff zu besorgen diese vergangenheit gibt ein schadensbonus an ordained priest you fell from grace there is nothing left to show for you an anonymous benefactor has found this way out for you perhaps at sea you can overcome your appetites this will give you a bonus to hearts the skill of healing and morale ein gefallener priester man ist diese vergangenheit in dieser vergangenheit ist man ja hat man die gnade der kirche anscheinend verloren ein unbekannter gönner hat einen das hat einen dazu gebracht hier runter zu kommen und man soll jetzt wer mit seinen lebensunterhalt bestreiten mehr oder weniger mit dieser vergangenheit kriegt man ein bonus auf heilung und moral und die letzte vergangenheit ist a natural philosopher your peculiar theories on time blood and starlight brought you down to the knees the caverns were long lies and now they take you out to see this will give you a bonus to mirror the skill of detection and perception ja hier ist die letzte vergangenheit ist mehr oder weniger die eines forschers ja die eigenen theorien haben einen mehr oder weniger dazu bewegt hier runter zu kommen dort wo london liegt und man kriegt dadurch einen bonus auf entdeckung und wahrnehmung was nehmen wir denn mal die vergangenheit gefällt mir an sich ganz gut und trickery und knowledge da werden wir mal drauf gehen jawohl a wise soul experience you have intuition and your friend as a sly navigator he is a little vague but he probably knows what he is doing perhaps you can find someone better eventually talk to the navigator to find out why he went to the sea man hat also einen freund den navigator er ist ein bisschen vage aber er weiß wahrscheinlich was er tun kann was er tut vielleicht findet man später jemanden besseres aber man soll erstmal mit ihm reden um herauszufinden warum er hier unten ist also das sind jetzt die belohnung die man dafür bekommt oder was also man hat immer noch stücke der vergangenheit die noch entdeckt werden müssen also ich habe 20 echo jetzt 70 in total echo's echo's are the currency of the bazaar and thus the currency of london also echo's sind anschein die währung in diesem spiel you have gained 25 pages now new total 50 esoteric and occasionally practical knowledge increases the speed at which you covered fragments to secrets das ist anscheinend auch eine währung die irgendwas umwandelt fragmente zu geheimnissen was das ganze jetzt bringt weiß ich nicht ganz you now have one sly navigator sly navigator competent probably trustworthy possibly das ist also unser erstes crewmitglied der sly was was heißt sly weiß ich jetzt nicht und müsste ich mal nachschauen das nächste episode someone is looking for a passenger someone in london requires your services alles klar what does winning mean to you ah wir sollen uns jetzt eine ambition aussuchen your father's bones your father was lost at sea you never knew him but you've often dreamed of him find and return his remains to london for decent burial ja wir sollen jetzt mehr oder weniger unsere ziele hier unten festlegen das erste ziel ist dass wir die gebeine unseres vaters zurückholen sollen der irgendwo in der see verschollen ist fulfillment gather a hundred tales learn all you can of the sea write a masterpiece retire ja wir sollen alles das zweite ziel ist dass wir alles über die see herausfinden sollen ein buch schreiben und dann uns zur ruhe setzen sollen well you know how it is to be poor now you want a mansion servants, fine clothes, a family perhaps ja reichtum das dritte ziel äh wir wissen es wir wissen wie es ist ähm arm zu sein now wir now ja genau jetzt wollen wir ein anwesen Diener feine Klamotten und eine Familie vielleicht und das letzte ziel das aber gelockt ist was wir dann you need impossible one this choice is not yet available it will be someday establish a colony where you are the absolute ruler a utopia perhaps perhaps äh ja wie gesagt ein eigenes äh reich erstellen aber das ist für uns jetzt noch gelockt wir suchen mal nach den Knochen von unseres vaters ähm full fathom 5 find where he fell and bring him home when you found your father's bones you can retire to victory explore fallen London to find your first clue an occurrence your objective ambition quality is now find your father's bones and retire jop wir sollen also wir haben unser neues ziel wir sollen in die gebeine unseres vaters finden captain captain an irregularity with a harbour master's office they wish to know what term of address you prefer ashore this will determine what people call your captain but your captain's gender is up to you wir sollen also unsere anrede erstmal festlegen äh wir können uns aussuchen madam more sea captain's chooses than you might expect sir citizen my lord my lady oder captain ich gehe mal mit my lord my lord perhaps you really do come from a noble family who is to know a pleasure to welcome you on board my lord at a last piece of advice explore take chances this captain will probably die disease hungry but each captain passes on lessons to the next an occurrence you are addressed as quality is now my lord who are you alles klar choose your name gecko und ein porträt was ich denn hier irgendwas irgendwas mit wenig haaren ja das sieht auch ganz gut aus alles klar your father's bones a cold trail your father lost at sea so very long ago the trail was cold but now you have a new lead miss mr johnson hafen editor of the annex perjurated london gazette he's published your poetry for from time to time one week ago he casually mentioned that your turn of phrase is very like your father's äh ich werde das ganze jetzt nicht alles übersetzen mit ein bisschen hoffnung könnt ihr auch eigentlich wenn nicht tut mir leid aber das wäre jetzt ein bisschen zu viel um um uh coffee at caligula's hafen curls his fingers round a steaming cup protection against the dank cold of the morning oh yes i knew him a man of some talent your father but he turned that talent to a love poetry was writing it if you understand me and as you may know he love poetry draws and as you may know love poetry draws the attention of a particular power he glances out of the window you follow his gaze to where the spires of the echo bazaar rise above london hafen hafen leads forward the masters of the bazaar he says very clearly took an interest in your father though though although i liked him and although i liked you i will need something to set against the risk bring me news news from the z klar jetzt haben wir unser neues Ziel das ist bring hafen a z story z story a tale of terror and a memory of distant shores and he'll tell you more they can be found in many places around the sea or purchased far away in iran bring a z story a memory of distant shores and a tale of terror to hafen in london alles klar wir sollen dieser dieser verleger hat also mehr informationen über unseren vater und bevor er die aber raus rückt müssen wir ihm einige geschichten von der see bringen von london deep dark marvellous all voyages start here and this is where successful voyages end advice for captains the much lamented m demont found a watery grave long long ago probably your end will be no better but if you read this book of invaluable advice your chances will improve wir werden das ganze jetzt nicht durchgehen das werde ich vielleicht off screen machen das ganze doch ein bisschen tutorials lesen ist ziemlich langweilig ähm wir sind immer noch in london richtig äh ja sind wir was können wir denn hier so alles machen story alles klar das sind glaube ich eher ok das ist lockt wir brauchen erstmal ähm brauchen erstmal hier ein paar paar sachen ach das ist das was wir das was was wir schon schon gemacht haben alles klar holt das ist unser schiff das heißt die lorelei dann müssen wir dann müssen wir Lappenkutter der Lappenkutter der Lappenkutter die jr class streamer weapon statistics wir haben deck ne hull damage life damage one crew damage warm up time und stagger mount wir haben ein lead beater steinrot reconditioned frigate surplus deck gun mk2 this way up a weapon which may serve against small monsters or few pirates und an elderly steeple engine a battered rusting mechanism that will ensure your ship goes in more or less the correct direction cargo fuel supplies invictus token und a device for captains i am the master of my fate i am the captain of my soul you are in unforgiving mode with no save slots besides basic autosave you will lose this token if you switch from unforgiving to merciful mode alles klar wir haben anscheinend keine sonstigen speicheroptionen in diesem modus das heißt nur autosave werden wir aber erstmal beibehalten wenn wir sterben dann sterben wir halt werden wir dann so sehen dann haben wir hier unser journal mit unseren objectives ähm unsere vergangenheit unsere objectives unsere objectives your father spawns und misc a request for passage someone is looking for a passage someone in london is looking for a passage die person werden wir dann das nächste mal suchen almost save once keine ahnung was das bedeutet werden wir wohl auch noch rausfinden ähm save tutorials wir haben hier unsere crew äh wir haben im moment nur den sly navigator der uns plus ein mirrors gibt und unser und unser maskottchen ein komatöses frettchen mostly it's immobile occasionally it's feral hearts plus eins right click to speak to your officer speak to wir reden mal bitte frettchen attract attention go play with your fert attract attention uh a really roll of the eyes play that eye roll says play that eye roll says play i played once in a happy warrens of london before you installed me in this floating coffin and made me eat dried food damn your play it's an eloquent eye roll alles klar so wir haben hier shops hier können wir verschiedene sachen kaufen das ist aber alles noch alles noch äh zeug was wir uns noch nicht leisten können beziehungsweise ja ne noch nicht wollen werden wir dann schauen wenn wir es dann brauchen wir haben ein shipyard hier können wir uns dann denke ich neue schiffe kaufen können wir uns natürlich alles noch nicht leisten wir haben das schiff hier den Lappenkutter neger class und das nächstbeste wäre diese Lampard class cutter dann kommt äh private class corvette und dinks ja ich würde mal sagen das soll es für diese episode gewesen sein ich bedanke mich dass ihr dabei wart das nächste mal werden wir london erkunden und vielleicht schon raus in ssss fahren Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Kommentar oder sonstiges da lassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis denn!